Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair Yo guys Welcome to the game Shut up Alter Wieso ist der Sound so laut? Ok, pass auf Das hab ich mir auch gerade gedacht Der Tür ist echt mega laut Warst du das? Ja, warst du Oh man Das zeigt mich Dann streng ich doch mal an Alles klar Jetzt wirst du sowieso failen Das war eine richtig gute Aktion Das muss ich echt schon sagen Ich hätt's eh nicht mehr geschafft Ja sag bloß Lebt nur noch einer Richtig gute Klicks Oh wie stirbst du Oh wie stirbst du Nein Ja jeder dieser Adolf wieder Hahahaha 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 Aber klatsche dir schon wieder aufm Bauch rum Ja man Das ist eine neue Entspannungskurier aus dem Nahen Osten Dann ist den Bauchklattler Hahahaha Boah ist da richtig einfallsreich Verstehst du den Bauchklattler wegen so im Wasser und so? Ne ich bin in der Welt laut zurückgeblieben Glaub ich ja Der hat's aber auch nicht gerafft Hahahaha Das ist doch geil Das ist doch geil Das beide treffen sich und beide sterben Oh 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 Der egal der vor uns Oh Der hat euch geflattert Hahahaha Don't rush Na ich kann's nicht mal anstrengen 1-3 Besser als 1-4 Hahahaha Hahahaha Hä wieso ist hier keiner mehr? Da ist noch einer Y Ich da? Ne Da Nachdem dann ist das Ich hab einen Mixer guck doch Der Mixer guck doch Rechts Rechts ein Sekunden Oooooooh der Player Ja Alex streng dich doch mal an 1-4 1-3 ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähhh Du hast dich angestreckt und Runde geholt Du hast aber nur der Lavasack alter Ne 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 ne. Also so lasse ich mich ja nicht beleidigen. Ah! Scheiße! Alter, das hat niemand gesehen. Arne lebt noch, der hat das nicht gesehen. Ey das kann nicht sein! Ich krieg so auf die Fresse die ganze Zeit, ey. Fick man! Boah! Ich bin auf den Desktop geflogen, warum auch immer. Meine Waffe ist schwarz. Kann mich nicht ducken. Kann mich nicht ducken! Hä? Meine Eiltaste geht nicht! Was? Wenn ich Escape drücke, fliege ich auf den Desktop. Dieses Spiel! Geil, ich drücke Escape und fliege auf den Desktop. Hä? I can't move! What the fuck? Wieso fliege ich denn bei Escape auf dem Desktop, man? Was ist das für ein Scheiß? Jetzt kommt die richtige Stelle. Hast du nicht. Mann, wie kann man so ein Anti-Mate sein? Mann, willst du das Spiel gewinnen oder verlieren? Nein, schönes Ding, ey. Mann, wie kann man so ein Spaß sein? Ich musste lachen. Oh, Mann, ey. Auf einmal steht er vor mir. Das hab ich überhaupt nicht gerafft. Ja, der kann ich ja nix für, Alter. In der Zeit, wo ich verbrecht war, ist er durchgepunst. Was ich gesehen und ihn gestoppt hätte können, du. Aber du... Ich M19 bei euch, dass ich letztens mit meinen Leuten nachts durchs Dorf gelaufen bin und plötzlich jemand aus dem vorbeifahrenden Auto eine Milchschnitte auf uns geworfen hat und Allahu Akbar gerufen hat. Du musst dir immer vorschreien. Allahu Akbar! Klatsch dir so eine Milchschnitte ins Gesicht. What the fuck? Oh, plant banger. Oh, plant banger. Oh, plant banger. Plant banger! Oh, plant banger! Plant banger! What the fuck? What the fuck? Oh, Alter. Hast du einen gekappt? Pass mal auf, hier. Jetzt kommen Skills. Erst mal alle zugucken. Ist zwar B, aber okay. Junge, Alter. Jetzt kommen die Skills. Ja, erst mal Schaden fangen, geil. Nope, 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 nope. Alter, ey. Uuuuh. Alter, links, rechts, links war das. Richtig geil. Ey, ich bin blind. Ja, der T-Roof, Alter. Was? Oh, ich hab ja den Schaden. Oh, nein. Ich bin alle schon wieder rauszahlt, Alter. Ey, ich krieg den Scout-Lock-Headshot des Todes. Ja, der war Rampe, der letzte. Ich will ihn tasern. Ich will den Eifen. Ja. Ist das traurig. Geliebt! Ich will ihn tasern. Batz ins Gesicht. Es gibt zwei Brüder, ja. Der ältere Bruder ist vier Jahre alt. Der jüngere Bruder ist halb so alt wie der ältere. So wie alt ist der junge Bruder, wenn der ältere 100 ist? 50? 50? Oh, nein! Achso. Alter. Alter. Du würdest auf der Straße untergehen, denn meine Kollegen kommen und figen. Und... Was? Du bist der schlechteste Rapper, den ich kenne, Alter. Nein. Und figen. Dich. Mit einem Ding. Alter, das war jetzt nix zu. Okay, warte. Ich muss mal überlegen. Oh. Oh. Hm. Ich hab gar kein Beat. Okay. Okay, warte, 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 warte. Ja. Ja. Hm. This is real. MC. Yo. CS. 2017. Ja. Hm. 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 Meine Brüder und ich. Auf der Street. Du bist tot. Und. Deine Visage ist gut. Deine Visage ist gut. Hahahaha. Hahahaha. Hm. Oh. Es ist noch nicht vorbei mit uns. Denn du. Das ist nicht. Hier. Ja. Mann. Warte. Ich bin da drauf für nicht. 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 Deine Visage. It's a goal.